Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Video und heute zu einem ganz besonderen Video. Und zwar hatte ich dieses hier eigentlich schon längere Zeit geplant, denn es geht um ein Special-Video, und zwar ein Special-Verlosungs-Video, denn diesen Kanal gibt es jetzt seit August 2016, also über ein Jahr. Und vor kurzem haben wir die 500-Abonnenten-Marke geknackt. Und das war etwas, worüber ich mich tierisch gefreut habe, und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich möchte da unbedingt eine Verlosung machen und einfach mal Danke sagen. Und dann wusste ich lange Zeit nicht so genau, okay, was möchte ich denn verlosen? Und dann hatte ich eine Idee, und dann hat es aber irgendwie alles doch länger gedauert. Und was war? Schwupps, waren wir dann schon bei den 600-Abonnenten, die haben wir nämlich gestern geknackt. Und dann dachte ich, ja, okay, machen wir doch ein 600-Abo-Special draus. Und deswegen herzlich willkommen zu meinem 600-Abonnenten-Special-Verlosungs-Video. Für manche ist das vielleicht keine große Zahl. Ich bin mega happy damit. Ich, ja, habe, wie gesagt, vor über einem Jahr damit angefangen. Ich hatte ja vorher schon den anderen Kanal, und ich glaube, der eine oder andere ist von dem alten Kanal ja auch mit rübergekommen. Aber dass es trotzdem dann auch so schnell gewachsen ist, bin ich, ja, da freue ich mich einfach mega drüber. Und deswegen, ja, habe ich mir natürlich viele, viele Gedanken darüber gemacht, wie ich Danke sagen möchte. Deswegen erstmal so vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass, ja, euch die Videos weiterhin gefallen. Ich habe mega viel Spaß daran. Das war ja ein Grund, warum ich, also ich weiß nicht, wiejenigen, die es vielleicht nicht wissen, ich hatte ja vorher einen Bücherkanal, auf dem ich ausschließlich über Bücher gesprochen habe. Und irgendwann hat mir das aber nicht mehr gereicht. Ich wollte, ja, mich noch anderweitig austoben, andere Themen auch besprechen. Und daher habe ich dann diesen Kanal gegründet. Und ich habe so viel Spaß damit. Ich habe mega viel Spaß daran, neue Sachen auszuprobieren, mit den Schnitten zu spielen, auch mit Videoideen zu spielen, zu beobachten, okay, was kommt gut an, was kommt weniger gut an. Und eine Sache, die ich beobachtet habe, die sehr gut bei euch ankam, sind Kerzen. Und zwar speziell Duftkerzen, nämlich Yankee Candle. Und deswegen dachte ich mir, ich schenke euch eine Yankee Candle, ein Yankee Candle Glas und noch so ein paar Kleinigkeiten dazu. Das sind alle Sachen, die ihr in vergangenen Videos bei mir gesehen habt. Und, ja, kommen wir dazu, welche Kerze gibt es zu gewinnen. Es gibt ein großes Glas und es ist ein Herbstduft, den ich fantastisch finde. Und zwar Autumn Glow. Ein wunderschöner herbstlicher Duft, der so eine leicht parfümige Note hat, aber wie ich finde, einfach so schön jetzt im Herbst ist, an einem gemütlichen Abend oder Nachmittag zu Hause. Ich muss nochmal anschnuppern. Ja, es ist einfach mega lecker. Also das ist ein richtig toller Duft. Deswegen, ich selber habe ihn nur als Tat. Ich habe das Glas nicht zu Hause, aber ich wollte euch die Freude mit diesem wunderschönen Glas machen. Ja, und ich hoffe, dass ich damit auch irgendwie so euren Geschmack getroffen habe, dass ihr euch darüber freut und, ja, fröhlich bei der Verlosung auch mitmacht. Was gibt es noch dazu? Das sind zwei Sachen, die ihr in meinem, ich meine, im letzten Video gesehen habt, nämlich in meinem DM-Haul. Und zwar ist das, das sind natürlich neue Sachen, die habe ich neu gekauft. Das sind nicht die Sachen, die ich euch in meinem DM-Haul-Video gezeigt habe. Das sind nämlich einmal der Nagellack von Catrice aus der Brown Collection. Die Farbe Brown, nein, gar nicht wahr? Goddess of Bronze heißt der und das ist einfach ein wunderschöner Bronze-Ton. Auch der ist, ja, einfach im Herbst super. Und dann für die Lippen, weil ich ja absoluter Lippenstift-Fanatiker oder Lippenfarben in welcher Art auch immer Fanatiker bin, habe ich für euch auch nochmal den Manhattan Lips to Last Lippenstift besorgt in dieser wunderschönen, berigen Farbe. Ich habe auch noch immer im Laden nachgeschaut. Also die haben, die Farben haben keine wirklichen Namen, sondern nur Nummern. Und zwar, ja, ist das die Nummer 65N. Kann man jetzt richtig viel mit anfangen. Aber wie gesagt, ihr habt, ich verlinke euch auf jeden Fall mal das DM-Haul-Video hier. Und da trage ich den Lippenstift auch auf der Lippen. Genau, und wo ich ihn auch trage, ist am Anfang von meinem Weekend-Vlog. Auf dem, ja, könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Ich verlinke euch die zwei Videos einfach am Ende des Videos in die Endcard. Und da seht ihr, wie der Lippenstift gleich getragen aussieht. Und ich finde den einfach richtig toll. Haltbarkeit ist ganz, ganz okay. Da muss ich sagen, waren die früher irgendwie mal besser. Ich weiß nicht, ob die was an der Formel geändert haben oder so. Keine Ahnung, früher haben die besser gehalten. Der hier, ja, war in Ordnung, aber hat jetzt nicht den ganzen Tag gehalten. Trotzdem einfach eine richtig tolle Farbe für den Herbst. Deswegen, ja, es ist im Prinzip so ein kleines Herbstpaketchen, das ich euch hier zusammengeschmürt habe. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr freut euch darüber. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Das ist jetzt eher ein Mädchengeschenk. Aber ich weiß, dass der Großteil meiner Zuschauer auch weiblich ist. Deswegen dachte ich, ist das schon in Ordnung. Wie könnt ihr teilnehmen? Das Ganze ist natürlich als Dankeschön für die Abonnenten gedacht. Deswegen müsst ihr, um teilzunehmen, auf jeden Fall meinen Kanal abonniert haben. Falls ihr bisher meine Videos geschaut habt, ohne Abonnent zu sein, dann möchte ich euch bitten, wenn ihr teilnehmen wollt, auf jeden Fall unten auf Abonnieren zu klicken. Und ich packe euch jetzt gleich auch nochmal, ja, einen Link zum Kanal direkt zum Abonnieren auch nochmal in die Endcard. Außerdem solltet ihr dem Video noch einen Daumen nach oben geben und mir in die Kommentare schreiben oder beziehungsweise einen Kommentar schreiben, was ihr am Herbst am liebsten mögt. Weitere Details zu dieser ganzen Verlosung findet ihr auf jeden Fall auch nochmal in der Infobox, ja, was die Teilnahmebedingungen sozusagen angeht. Da bitte ich euch auch noch einmal reinzuschauen. Und das war es eigentlich auch schon für heute. Ich hoffe, ihr freut euch über das Video und es hat euch gefallen, beziehungsweise ihr macht auch fleißig mit. Wer mag, darf übrigens auch sehr, sehr gerne mal bei mir bei Instagram oder bei Twitter vorbeischauen. Da würde ich mich auch sehr freuen, dass man, oder wenn man sich da irgendwie noch ein bisschen mehr vernetzen oder austauschen kann. Deswegen schaut sehr gerne vorbei. Das war es eigentlich aber auch schon für heute. Es sollte nur ein kurzes Verlosungs- und Dankeschön-Video sein. Deswegen an dieser Stelle noch einmal ein ganz, ganz riesiges Dankeschön an euch, dass ihr, ja, meine Videos schaut und den Kanal abonniert habt. Das gibt mir irgendwie, wenn ich eine Rückmeldung bekomme, das, ja, versüßt mir einfach jeden Tag den Tag. So komisch das jetzt klingt. Aber, ja, das ist immer etwas ganz, ganz Besonderes für mich. Und deswegen, Dankeschön. Ich freue mich sehr, wenn ihr am Mittwoch wieder dabei seid bei meinem nächsten Video. Und hier verlinke ich euch jetzt noch, wie gesagt, meine letzten zwei Videos und direkt einen Link zu meinem Kanal, dass ihr ihn abonnieren könnt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag und wir sehen uns hoffentlich Mittwoch wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.